Leute, ganz kurz bevor dieses Video hier losgeht, das war mein erster Versuch einen Vlog zu machen. Ich habe das Video nicht sehr gut geschnitten, es dauert auch nicht lange, es gibt auch nicht wirklich ein Ende zu dem Video. Aber ich hoffe es gefällt euch. Abonniert diesen Kanal und liked das Video. 80% von den Leuten die dieses Video schauen sind nicht Abonnenten. Es braucht nur einen Knopf, so dass ihr Abonnent werdet. Bis zum Spaß mit dem Video. Habt rein. Was geht ab? Ich bin gerade im Auto und ich gehe jetzt schwimmen ins Kahlenbergbad mit Joel und Ali. Ich würde sagen, ich nehme mich einfach mal mit und gebe euch ein paar kleine Eindrücke. Weil mir ist zu langweilig in meinem Leben, deshalb habe ich mich jetzt entschieden Vlogs zu machen. Hoffentlich einfach nur cooles Spielen und drei Likes bekomme. Aber man weiß ja nicht. Das haben wir euch ja mal mit und wir sehen uns. Das Wetter ist auch ungewollt. Das Wetter ist auch ungewollt. Das ist ein Rock da noch bei diesem Wetter. Haciendo cosas que solamente yo te diría no se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra. Lo abrimos rápido con nuestras piernas. La oscura sin la linterna. Sin llevar una vida tierna. Tu solo vive lo moderno. Tu vida es como de un cuaderno. Nosotros los galabatos. Pasar el rato, hacer los trato. Yo no suelo decir niñato. Porque el niñato que ser un rato. Barista 2.0. Ich lebe seit 21 Jahren in dieser Stadt und war noch nie in diesem Schwimmbad. Danke TikTok. 10 von 10. Meinung zu Schwimmbad. Es gibt immer diesen einen, der nicht in Wasser gehen kann. Es gibt immer diesen einen. Immer diesen einen, der braucht 10 Minuten. Noch eine Show? Yes! Die Fahrt ist auch lustig, oder? Mit ihm kommen wir gut zu. Einmal noch. Stark! Komm, Mann! Du bist schon schwindelig. Fazit zum Schwimmbad. War nicht schlecht, aber zu wenige Leute hier. Mehr für Familien oder auf ruhig mit der Freundin. Aber 7,8 von 10. 7. Und Aussicht macht diese 0,8 aber dazu. Bruder, mit Aussicht. Aussicht war schon sehr krass. Mit Jungs. Viele Jungs ist geil, glaube ich. So 8 Jungs. Für Volleyball, für Fußball und so. Aber ja, jetzt gehen wir noch stabil was essen. Was snacken. Und dann... ...melde ich mich wieder. Bo, ich bin jetzt an der Montage. Das war's. 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 Sehr gut, additions. Das war's. Das war's. Auf Wiedersehen. Das war's. Das war's. Ist sowieso zu overhead? Dann hat das gewonnen. Ja, wir müssen sowieso kosten. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way The man them celebrate Eid, the trap's still running on Christmas dates